Ja, hallo da draußen, ihr Vorreiter und her Damen und Herren, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra und ja, wir sind ja auf Stufe Welt, Stufe 4 unterwegs. Eigentlich 5, aber ja, das ist so schwer, habt ihr ja gesehen in der letzten Folge. Ich bin jetzt hier schon ein bisschen hin und her, mal rein und getestet. Also immer wieder reingelaufen, bin dann doch im Endeffekt gestorben. Was ganz gut war, sonst hätte ich keine Aufnahme, wenn wir hier nicht durchkommen. Weil wir nicht durchkommen wären. Und so hat er dann doch ab und zu mal was ausgespuckt an Rüstung und Austeilung. Okay, und wir sollen jetzt immer noch hier durch. Und der Dicke, der macht uns zum Schluss immer noch so nackig. Das ist die wahre Freude. So. Kein Ziel, okay. Ah, dauert zu lange. Dauert zu lange. Können wir sehen, ob ein Magazin aufhört, wie er sagt. Ja, gut. Dauert zu lange. Also hier kommen wir noch. Ich bin dann auch ganz gut durch. So, jetzt haben wir was grünes getroppt. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen höher mit der Rüstung. Das ist besser aushalten. Komm, nehmen wir die Mutation mit. So. Mal reinschauen. Reinschauen. Helm. Der war neu. Ich dachte, naja gut. Aber wir haben schon gut Rüstung. Jetzt gekriegt, durch ein paar Malige hier reinlaufen. Vermiss ich meine Fähigkeit. Den Bodenhauer oder wie er heißt hier. Keine Ahnung. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Munition, okay. Ja. Und Umschlag. Oh, Gott. Ohohoho. Aber bis hierhin geht's ja immer noch, ne? Fink ich. Aber dann kommt der Dicke und dann ist mit mir vorbei. So. Lass mal mir was schönes droppen. Hab ich keine Lust in. Oh, der war schon weg. Da ging aber fix gerade. Huhu. Ich glaube, bei Stufe 4, da gibt er uns, ja, da sind dann aber noch bessere Waffen. Hopp. Das ist jetzt nicht so. Ja, da sind dann aber noch bessere Waffen. Ich glaube, Carson hat irgendwann, solange du die Fähigkeit hast, und wenn du sie tötest, dann brauchst du das nicht. Komm. Dann muss ich mal mal ziehen. Wieder vor nachher. Dann hält die Fähigkeit lange an, ne? Dann muss er nicht nachladen. Sag mal so. Aber jetzt muss er. Okay. Jetzt ist die Fähigkeit natürlich weg. Na, wir haben auch nur eine Hitzewelle, das... Ach, der Autosbesuch. Okay. Äh. Ja. Alte. Ich glaube, ich soll das wenn ich umgucken beim Ziel sein lassen. Also. Irgendwie müssen wir ja was kriegen, ne? So. Oh, was braucht der denn? Oder was verbraucht der denn? So können wir auch von da, ne? Gut. Falls der schon dick kommt. Uh. Da haben wir mal nach. Gut. Jetzt kommt der. Oh. Oh. Huh. Komm her. Nein, nein, nein. Komm, 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 komm. Oh. Ich will dich, ich will dich, ich will dich, ich will dich, will dich, will dich. Ihr seid doof, ihr seid doof. Lasst mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah ja. Äh ja. Ich hätte das wissen müssen. Jetzt war die wieder von da hinten, ne? Oder was? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Naja, noch nicht! Noch nicht! Huuuuh! Komm mal zurück hier! Alter, hört auf! Hört auf! Aber er hat das eingesammelt, das Zeug! Ehrlich jetzt! Ehrlich! Wie hat's doch jetzt fertig gehabt? Dann kamen die anderen noch hinterher! Ist das doof! Uuuuh! So! Repetierleicht! Nöööööö! Beides muss Knarren, ne? Ahhhh! Das ist so ätzend! Hat 80 Schuss! Beides 80 Schuss! Das hat doch 100, ne? Jo! Wollen wir das mal versuchen? Ähhh! Und vielleicht doch die zweite Welle wieder reinmachen? Ja, machen wir mal wieder rein, ne? Ach ne, hier! Ist nicht die zweite! Wo ist die denn jetzt wieder? Die ist kleiner, ne? Hier! Geht die Rüstung runter auf 1,6! 1,5! Oh! 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 Können wir natürlich auf Rüstung hochpowern, ne? Egal was er da hat hier! So! 1,7! Hm! Das hat jetzt wieder... Das hat mit den... Für jeden Gegner... Jaaa! Jaaa! Die fehlt mir! Die... Die vermisse ich! Äh... Na gut! Weil dafür macht die nicht so viel Schaden! Aber wir können ja immer noch... Warte mal, wir können ja immer noch tauschen, ne? Wenn mit so weit sie ist! Nehmen wir den jetzt mal mit! Äh... Und tauschen wir den hier mal aus! Äh... Allee, die haben ja... Äh... Äh... Ah ne, wir hatten ja nur eine Bette! Einsammeln! Komm! Jaaa! Ach gut, da die Granate hat... So hat die nichts genutzt! Ja, die Waffe werden wir tauschen, wenn aufs LMG, wenn der André kommt, kurz vorher, wovon wir jetzt noch erschießen. Na los! Na komm her! Ist er immer noch da, oder was? Gut, gut, gut. Oh. Ach, du bist doch da? Uhuhuhuhuhuhu. Du bist ja auch noch da. Uuuuh. Alter, die stellen uns heute wieder ganz schön dämlich an. Ja, noch nicht warm gespielt, ne? Oh. Geht gleich mal nach da, ne? Huhu. Ach, da ist noch eine. Da kommt eine. Komm mal her hier. So. Gerade noch so gesehen auf dem Radar. Uiuiui. Und hier kriegen wir keine. Ach, ne. Ist ja noch alle aktiviert. Ah, Feuer. Jetzt muss ich nachladen. Schade. Da müssen die Fähigkeiten weg. Hä? Warte auf dein Schicksal. Na komm. Ja, ich helfe dir. Weiter, weiter, weiter. Gar nicht mehr. Ja. Oh, der schreckt. Oh, gut, 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 gut. Na ja, ist er gut. Ist er gut. Ich glaube, das ist er nicht der letzte, ne? Oder? Ich glaube, das ist er nicht der letzte, ne? Oder? Ja, aber. Äh, ja, aber. Mhm. Gutes aber. Weil die Brandmunition unterbricht ihn ja auch, ne? Äh. So. Ich wollte gerade meine Waffe wechseln, so in aller Ruhe. Warte mal, ich muss mal machen. Waffe wechseln. Ist ja gerade Ruhe, ne? Hoff ich doch. Hoff ich doch. Hoff ich doch. Äh, die hatte jetzt, hm, 100 im Magazin. Geht die Waffenstärke, wow, 400, 500, ja. Müssen wir mitleben. Und die hatte 80 Schuss, ne? Könnte natürlich auch gut sein, wenn wir die mit 80 Schuss nehmen. Haben wir die 520. Gott. Okay, okay, okay. So, ob wir das Kondane entschießen, ne? Na, mal gleich vor. Guck mal, so weit kommen wir gar nicht runter, ist doch richtig. So, das ist der letzte Nachland. Aktivier, äh, ja doch. Und den jetzt. Die einen ist im Schuss verballert. Weil jetzt kommt er, ne? Und nach oben runter, genau. Huuu. Oh. Oh. Jetzt hat er auch noch ganz beschissen hingestellt hier. Das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Alte. Der hat uns aber auch weggezogen in den Teleport. Ganz, ganz weit weg. Gott. Moment, Moment. Kommt. Kommt ein Lava-Geschoss wieder? Da, da kommt er, ne? Oder hier ist er. Oh. Oh. Ach, nö. Kommt. Ach. Das weg-teleportieren, das war kacke. Wir sind ja. Hm. Nehmen wir jetzt wieder unsere andere hier. Maschinen fürs Toiletten. Nö. Jetzt hatten wir den gehabt vorhin. Die so gut war hier, ne? Ja. Ach, manno. Gibt's nix. Da hatten wir, das war mit Munition. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Mit Munition. Aber ich hätte gerne zweimal. Die Feuerwelle. Aber die geht ja russisch runter. Das ist doof. Ja, komm. Mach mal so. Falls wir denn, äh. Okay. Oh, ist das. Ja, haben wir die falsche Waffen jetzt genommen, oder? Ach, ne. War die gleiche. Ja, ja. Ja. Oh, ey. Ich bin ja. Moment. Oh. Oh. Okay, okay. Okay, 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 okay. Ah, stimmt. Hä? Warum hier nur 50 Schuss? Hatte ich aber schon 60 Schuss? Haben wir jetzt die Falschwaffe ausgesucht? Aber die war auch ganz nice. Ich glaube, das sind nur ganz besondere Exotische, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die herhabe. Huh, 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 huh. Ah, das ist noch schön, das ist toll, ja. Wupp, wer pulverisiert? Kein Ziel erleben. Schade, jetzt. Huh, stimmt, ja, da kam ja noch ein Digger irgendwann mal, ne? Ja, ja, ist ja alles gut, ist ja alles gut, meine Freunde. Oh, 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 oh. Echt, was hält der denn aus? Man, Mann, Mann. mal her hier. Komm mal weiter, bitte. Die Elben schießen auch noch mit vorsichtiger und wir stehen hier im freien Feld. Wisschen Muni aufsammeln. Was? Was ist noch einer? Ja, das ist schön. Ich hab ja ein bisschen Leben. Kumpel. Warte, Beton. Gott. Oh Mann. Ja, vielleicht soll man die Maschinenfassule erlassen. Höhöhöhöhöhöh. Naja. Testen jetzt mal durch, ne? Jetzt hat die wieder so eine überlange Folge. Ich hab ja schon Gamepack, ne? Echt, ja? Höhöhöhöhöhöh. Oh. Ne, das ist die falsche Masse. Die hat Einzelschuss. Na, ist ja toll. Ist ja toll. Äh, ja, ja. Lass mich mal in Ruhe. Lass mich mal in Ruhe. Warum hab ich keine Munzirme für die eine Waffe? Echt, da muss ich noch kurz zurück. Aufsammeln. Äh, voll machen. Ah, das ist ja kacke. Sorry, Leute. Ist so. Na, komm. Wir wollen doch endlich mal hier weiterkommen. Ist halt nicht schon die zweite, dritte Folge, äh, Windfolge. Wo wir uns so durchcampen. Na, seid beide weg. Gut. Eher oder wir. Vielleicht sollen wir auch mal der Pampan spielen, sagt der einer, wa? Kann natürlich auch sein. Aber kann mir nicht vorstellen. Yo, die werden wir mal behalten. Für den Boss hier. Uuuhh. Uuuhh, 50 Schuss, leider. Okay. Okay. Der macht gar kein Schaden, oder was? Ich meine, die Lava-Beschosser haben einen Vorteil, ne? Äh, man braucht nicht direkt ziehen. Okay, man kann doch vorbeischießen, dann werden wir ja entzündet. Ja, wir kommen gleich wieder. Warte. Muss ja Munition wiederholen. Wenn wir jetzt mit dem Dicken da da machen, dann, äh, besser ist das, ne? Und die Fähigkeiten sind voll. So. Äh. Ach, warte, 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 warte. Bevor wir hier tauschen, ne? Äh. Falscht uns doch die Munition. Die hat Einzelschuss. Oh Gott, wann haben wir denn da genommen? Uuhuhuhuhu. Da waren wir ja ein bisschen dämlich, ne? Das war eigentlich die Waffe, die wir sonst gespielt hatten. Mit 60 Schuss, ne, 80 Schuss im Magazin. Gut, packen wir auch rein. Dann ist die Maschinenpistole Standard. Mh. Und sonst hätten wir nur noch eine Pumpgun. Mh, möchte ich ja nicht. 10,8 Rüstungsdurchschlag. Kann aber natürlich sein, dass es besser ist, ne? Hier kriegen wir jetzt, oh. Ey. Bist du mir hier nicht hergelaufen, oder was? Ach, nee. Doch. Der spinnt, oder? Komm mal her, hier. Jetzt kommt der Dicke. Gott. Jetzt sollte ich hier mal so ein bisschen bleiben. Ne, kein Gegner. Wo ist der? Wo ist der? Kommt der jetzt gleich hoch hier, ne? Jetzt haben wir wieder. Oh, gut. Das haben wir wieder. Ich hoffe, ich werde die kriegen. Bingo Bongo! Ne, da ist er. Sind noch welche, okay. Aber das schwierigste haben wir schon mal hinter uns. Oh, bin ich erleichtert. Bin ich erleichtert. Ehrlich. Freunde der Nacht. Ihr Mitstreiter. Ja, ihr müsst ja auch so viel leiden wie ich, wa? Oder? Wie ist das bei euch so? Leidet ihr mit? Ich bin ja erstmal jetzt total happy dafür, dass wir es geschafft haben. Wir auf Stufe 4 zwar, aber besser als nix, ne? Wach! 8mm 1mm 1mm 2mm 3mm 3mm 2mm 3imm 4mm 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 Warte! Freund deiner Krise! Kein Ziel und Schade! Jetzt! Komm her! Ah, jetzt macht es wieder Spaß! Wir könnten eigentlich reinten wir wieder auf fünf Stellen. Aber ich weiß nicht, was jetzt hier nachkommt. Und wenn wir sterben, ob wir den ganzen Scheiß normal machen müssen. Oh, Stufe 15. Ich hätte es wissen müssen? Wieso? Darf ich gewinnen, oder was? Juhu, juhu, juhu! Klassenpunkt verteilt, ja! Very nice! Aber ganz schön aufregend. Stressig, sag ich mal. Äh... Das schauen wir gleich in Ruhe noch mal an. Aber wir machen hier mal Schluss. Ich glaube, ich habe es schon wieder erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, müsst ihr wieder einschalten. Und lasst ein Like da. So unterstützt ihr meinen Kanal. Oh, bin ich aufgeregt. Aber auch mächtig happy, dass wir jetzt hier mit durch sind. Und denn in der nächsten Folge sind wir wieder auf Weltstufe 5. Also, bis dann. Euer Terra. Tschaui! Tschaui! Tschaui!